soja also wenn ich sie bekommen hier ja hier wieder eine demo hier aus asien ja ist doch schon wieder so ein kack lesespiel name kommt hier gleich so na ja konnten sie schon mal ein video leisten meistens dann noch so ein spektakuläres video decken sich wo ist cool naja hier ja manche spielen davon kann man auch vorspulen oder kapitel vorspulen sonst muss man immer nur x drücken halt also quasi da kommt ich hier ein satz zum glück ist er noch hier mit audio synchronisation ist ja wirklich noch dabei sonst kommt immer andere bilder ja ich bin ein bisschen leichter geltet deswegen ist ein komisch an karte ja alles auf jeden fall kommt er immer andere bilder gleich und da muss man immer nur x drücken weil bei dem kann man nicht vorspulen kapitel kann man nicht vorspulen so eine standardspruch von mir ja egal was für eine sprache wäre deutsch eigentlich egal was für eine sprache ich hätte kein lust da die ganze zeit ein satz immer hier vorzudrücken bis mal das wird in einer demo auch bestimmt 15 minuten mal gespielt für die und packen und keine ahnung bestimmt 5000 mal auf x gedrückt aber wenn es in der vollversion der drückt man aber bestimmt bei acht stunden nur auf x oder was bevor man kapitel nicht gepackt hat kann man den noch mal spielen dann kann man erst vorspulen so weiter wie unten sieht ja so aus ob man das so fast machen kann ja auch von wegen hat da eine demo nicht geklappt und sonst ja die themen sind meistens da ab 18 oder was sind immer dieselben gebäude schulgebäude und kantinen und was weiß ich nicht bürodinger und ja mega was die sonst noch reden ist immer dasselbe schon 35 über 30 demos schon gemacht selbst wenn das hier die sprache in computer kurz wäre hier 0 1 1 0 0 0 irgendwas selbst der computer hätte auf so was er kann bock mehr glaube ich dazu lesen naja so sieht das aus deswegen hast du auch hier nach zweieinhalb minuten noch drei strippe gezogen weil das hier passiert und viel rote backen und so weiter naja manche sieht man manchmal ein bikini ja da wäre auch schon ein highlight wenn überhaupt naja und zum glückende demo und mal geld dafür geschnitte zahlen wenn wir zu doof nur für zu trophäen zu kriegen aber das wird auch zu lange dauern danach ist der kontrolle im arsch über drei spiele von der selben dort hat der kontrolle fliegt ja naja muss nicht sein egal so schön abmachen das war bis dann